Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 und dem Beagle. Leute, ich... Oh, das Krankenhaus kickt. Das kickt nochmal härter als die Apartments und die haben auch schon gekickt. Ich will gar nicht wissen, wie sich das noch steigert. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sie für sowas wie das Krankenhaus sich ziemlich viel Mühe gegeben haben. Das macht er jetzt nicht wirklich, oder? Er macht das wirklich. Und dann? Und wenn du jetzt da feststeckst? Wo bin ich gelandet? Ich möchte mal anmerken, dass das super gefährlich war. Was ist denn da noch mit runtergekommen? Kann ich nicht mehr nachgucken. Wo ist das Monster? Ih. Abgeschlossen. Nix hier abgeschlossen. Hä? Ah, da unten. Mit zwei Sekunden bin ich nervös geworden. Ich weiß nicht, warum hier auf einmal alles so dunkel sein muss. Warum helfen sie mir nicht? Warum sperren sie mich hier ein? Mit ihm? Ich hoffe, sie meint nicht Milch. Ich weiß nicht, was das heißt, dass ich diese Erinnerungsfetzen finde. Das scheinen ja Erinnerungsfetzen zu sein. Ein Energy Drink. Ich sage mal Energy Drink. Aber es ist so falsch, Energy Drink zu sagen. Hm. Ich kann es nicht lesen. Aber es ist so falsch. Hier war ja noch was. Also. Ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch, ich kann auch. Mann. Die Stange ist eindeutig ein Upgrade. Ohne Wenn und Aber bin ich hier. Hm. Meine Frage ist, kriege ich diese Türen? Ne, die sind von der anderen Seite verschlossen. Da kriege ich jetzt. Ich kann speichern. Hört mir gerade auf. Ich kann speichern und das tue ich jetzt auch. Und wie es auf einmal jetzt stockduster ist. Das ist doch unfassbar. Falsche Richtung. Kann ich denn noch irgendwas hier machen? Ne, kann ich nicht. Okay. Das geht alles nicht. Okay. Gut. Ähm. Joa, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Sssst. Ich kann halt gleich noch in die dritte Etage gehen. Das werde ich auch machen. Aber wo ist denn der Aufenthaltsraum? Wartet mal. Hier unten war nichts mehr. Krankenzimmer, Aufenthaltsraum der Ärzte, da hinten. Okay. Dann muss ich jetzt hoch. Ich habe keine andere Wahl, als nach oben zu gehen. Und dann... Es regnet. Es regnet ernsthaft. Und dann... Ähm... In dieses Treppenhaus da hinten. Also ich habe theoretisch hier aufgeräumt. Theoretisch kann mir hier nichts mehr was anhaben. Theoretisch. Ob das in der Praxis jetzt noch so ist, das weiß ich nicht. Okay, abwägen. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Geatmen. Das macht mich fertig. Die fühlt sich also sehr gejagt von uns. Ich weiß nicht. Ich komm... Wo? 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 Au. Voll aufs Maul. Alter, die werft dich richtig. Die werft dich richtig. Die werft dich richtig. Jesus Christ, werft die sich... Also die darf ich nicht ohne... Also... Alter. Abstand. Bei dem muss ich echt auf Abstand sein. Er hat seine... Seine... Seine Rohre noch in der Rand. In die Rand. In die Rand. Da kommt noch was, oder? Warum packst du's weg? Ha! Wollen wir mal sicher zu gehen. Jetzt hab ich ordentlich verbraucht. Jetzt darf ich aber auch nicht mehr, ne? Ne, ich geh noch nicht da hoch. Ich will noch nicht da hoch. Ich will mich erst hier umgucken. Ich will noch nicht da hoch. Info-Schlüssel. Okay. Ich wimmel's nicht. Also... Also das Radio macht keine... ...Geräusche. Ich hab aber, glaub ich, jetzt ganz guten Puffer. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Da muss ich theoretisch hin. Ähm... Okay. Wenn ich zahlen hab, dann melde ich mich wieder, oder wie? Gut. Gut. Er aus. Er starrt direkt etwas an. Schön. Ich kann mich übrigens bei diesem Spiel im Moment nicht... ...entscheiden, weiterzuspielen oder dann schon aufzuhören für heute. Beobachtungsdienst, Patient 0090, Tag 1. Patient wurde zur Beobachtung verlegt, unterernährt, flache Atmung, Vermeidung, Augenkontakt. Unruhig im Gegenwart des Personals, Panik bei den Gedanken an Berührung. Tag 2. Patenz verweigert feste Nahrung. Zwangsernährung mittels nasogastrischer Sonde erforderlich. Was hat er denn jetzt? Ein Kombinationsschluss. Aber was hast du eingezeichnet, James? Den Behandlungsraum. Okay. Die Frage ist nur, was hab ich? 1F. Ah, okay. Innen. Hochwartet mal. Hm. Ich nehm mal an, damit ist das da hinten gemeint, ne? Bin mir aber nicht sicher. Okay. Okay. Der Röntgenraum. Gehen wir doch mal dahin. Dr. Andrews, wir haben die Röntgenbilder, die sie angefordert haben. Es scheint, als wäre die Datei unvollständig. Eines der Bilder fehlt. Wir schicken es ihnen, soweit wir es finden. Lassen Sie mich wissen, wenn wir noch etwas für sie tun können. Ist das... Also das Gesumme von Laura geht mir... Ah ja. Ist okay. Ist okay. Ach schade, es hat nichts gebracht. Okay, nochmal. Ne, das muss schon so sein. Ach, wartet mal. Ja. Ja. Ähm. Dreh ich... Ach. So. Ähm. Ist doch nicht da. Jetzt bin ich da weit gedreht. Ne. Oder doch da unten so dann. Ne. Auch nicht. Die haben das ja wohl nicht übereinander gelegt. Äh. Ich bin nicht fertig. Das passt nicht ganz zusammen. Warte mal. Hm. Das passt. Okay. Ich bin ja eigentlich... Irgendwo muss es ja hingehören, ne? Ach. Ist halt die Frage, wohin? Jesus Christ, ist es das letzte Bild? Das kann ich so schwer... Ah. Mir fehlt aber immer noch welche. Na gut, mir fehlen noch Röntgenbilder. Okay, I see. Ich muss jetzt da hinten hin, wo ich die Göhre habe, äh, singen hören. Komm mir aus. Ich geh doch nicht auf den Rooftop, bin doch nicht irre. Ich kann da speichern, alles gut. Ich kann da speichern, alles gut. Ich bin nicht auf den Rooftop, aber da habe ich keinen Schlüssel für. Das heißt, wir gehen doch auf den Rooftop. Ich bin seelisch zwar nicht bereit dafür, aber wir tun's. Das ist alles glücklich. Alles gut. Hört mich ein Glück. Tja, wir gehen doch nicht da hoch. Ich weiß, es ist eine schlimme Sache, dass wir da nicht hoch können, aber... Ist okay. Man kann nicht alles im Leben haben. Finde ich auch gar nicht schlimm, dass man nicht alles im Leben haben kann. Ich kam noch früh genug auf den Rooftop oben drauf. Also, alles in Ordnung. Woher komme ich denn eigentlich? Ach Gott, hör auf. Mit dem Garten, ey. Floh. Da geht's einfach nicht weiter, ne? Mist. Da kann ich irgendwo irgendwas... Warum dreht jetzt hier alles so durch? Ich muss ein anderes, ähm... Dings nehmen. Ah, wo geh ich denn jetzt lang? Ja, komm, das ist auch einer der Wege, die gut geht. So passt das schon. Ach so, das ist ein Poster. Wo ist denn jetzt die Treppe? Ich würde sagen, irgendwo hier muss doch die Treppe sein. Ich laufe lieber Treppe als Aufzug. Also, Aufzug kann man nicht laufen, aber... Ich glaube, ihr wisst, was ich euch sagen möchte, Mensch. Ähm... 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 Jetzt kann ich noch einen, oder? Ähm... Ich glaube, da muss ich nichts mehr tun. Ähm... Welcher Raum ist das hier? Das ist der... Untersuchungsraum 1. Ist hier irgendwas Schönes drin. Hahaha! Hahaha! Die Tür hab ich dich! Ah! Ah! Ehrliche Scheißteil! Ah! 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 Also, sie war zumindest hier. 18. Okay. Ich kann mit den Fotos gar nichts anfangen. Ich finde nie so viele Patronen, wie ich eigentlich, ähm, aufstocken müsste. Ich hab sie diesmal gehört, Leute. Ich hab sie diesmal rechtzeitig gehört und bin ausgewichen. Mann, ey. Diese dämlichen... Beine auf Beine, ey. Hier noch irgendwelche Türen jetzt. Auf, guck mal. Ladies? Oder... Nicht so. Nein? Okay. Dann geh ich jetzt aber nochmal speichern. Hast du hier irgendwo hingestarrt? Nee. Ich wünschte, glaube ich, er hätte das getan. Es geht nicht nur irgendwie speichern. Das Level ist... Also, das Level... Leider, ich bin so durch. Äh, die Folge ist vorbei. Ja, also... Ich muss sagen... Das Spiel kann. Das ist... Das ist gut. Hm. Das ist ziemlich gut. Ähm... Ich überlege gerade, was so das letzte Horrorspiel war, wo ich... Wo ich dermaßen... Ja, ich sag mal, ängstlich durch die Gegend gelaufen bin. Alien Isolations war heftig. Alien Isolations war da auch so sehr, 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 sehr heftig. Und Dead Space. Dead Space auch. Aber Dead Space mehr wegen den Geräuschen von den Monstern, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also Alien Isolations, doch. Das hat bei mir auch teilweise Herzrisse ausgelöst. Ich bin bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit diesem Remake. Looper Team hat hier ordentlich abgeliefert bis jetzt. Ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird. Ich... Ich hab... Also ich finde, man merkt ihn an, dass sie Liebhaber des Originals sind. Sie haben so viel Liebe da reingesteckt, es, ähm... Aufzupolieren. Es ist so zu erzählen, dass es vielleicht von der Logik her nochmal ein kleines bisschen anders, äh... Funktioniert oder besser funktioniert für 2024 auch einfach. Ähm... Zum Beispiel mussten wir bei den Apartments oft hin und her springen, um die Lösung zu finden. Das haben sie jetzt quasi einfach so aufgebaut, dass es einen Runden-Level-Fluss gegeben hat. Also ich weiß nicht, wie ich's besser beschreiben soll. Sie haben versucht, das Backtracking in der Form zu reduzieren, dass man nicht noch auch noch die Gebäude wechseln musste fürs Backtracking, sondern hat das Backtracking quasi in einem Gebäude immer nur noch gemacht. Finde ich in Ordnung, wobei mich persönlich so Backtracking ja gar nicht, ähm, stört. Ich find bis jetzt das Krankenhaus mega geil umgesetzt. Ähm... Ich trau mich gar nicht, die am Leben zu lassen, die Krankenschwestern. Ich trau mich auch ehrlich gesagt jetzt nach der ersten Begegnung mit dem Schlagrohr gar nicht mehr mit dem Schlagrohr an die Krankenschwestern ran. Die haben ordentlich was drauf. Ich bin gespannt, wir gehen nächste Folge in den Innenhof. Da kommen wir dann wohl auch ins Ärzteszimmer, hoffe ich. Und ins Schwimmbad. Und dann machen wir unseren Weg so weiter durch, ne? Das wird, glaube ich, noch eine wilde Nummer in dem Krankenhaus werden. Gott, wie werden denn die anderen Orte? Habt mich in den Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.